Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von One for the Road, den ihr ab dem 26. Oktober im Kino sehen könnt. Ich bin das du und heute mit mir an meiner Seite, an der Theke, der Max und ich Schlörger. Hallo ihr beiden. Hallo, Prost. Ich bin nicht dabei. Gut, nur du und ich. Ich stehe so links daneben. Ich bin so wie dieser, kennt ihr die Leute, die an der Bar immer irgendwie stehen und nichts beizutragen haben? Das bin ich. Du meinst die Barkeeper? Nee, die, das sind doch immer die, die dann am Ende im Film dann irgendwie sagen, hey, und wenn du ihr die Augen ausstichst, dann wird sie dich nicht mehr sehen. Was? Okay. Keine Ahnung, die geben doch immer diese Tipps. Wir ignorieren Max einfach. Ja, ist, glaube ich, besser. Lass uns über ihn übersprechen. Ja, ja. Ich wollte eigentlich diesen Podcast damit anfangen, dass ich heute einkaufen war und überlegt habe, hey, wäre doch total cool, diesen Film, also diese Besprechung zu diesem Film anzufangen, indem ich eine Dose Bier aufmache. Und dann ist mir eingefallen, was für ein Film das ist und dachte mir, ich glaube, es ist das komplette falsche Zeichen für diesen Film, denn es geht ja um Alkoholismus. Schlogger, du als die einzig wahre Schlogger, du wirst doch bestimmt es schaffen für uns und unsere Zuschauer, kurz zusammenzufassen, worum geht es denn in One for the Road? Ja, in One for the Road geht es um, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Protagonist heißt, um Marc, genau. Marc, der trinkt gerne und wir kriegen so, wir steigen mitten in sein Leben ein und kriegen dann mit, wie langsam klar wird, dass seine Art zu trinken vielleicht eher in die Richtung Alkoholismus geht und wie er und seine Freunde und seine Umwelt dann damit umgehen wird. Ganz grob zusammengefasst. Genau. Also ich würde sagen, so der eigentliche Startpunkt des Films ist ja, dass er seinen Führerschein verliert, weil er betrunken sein Auto umparkt und drei Monate ist der Lappen weg und er muss zu so einer psychologischen Gruppentherapie, sage ich mal, und halt eben MPU nachher noch machen, diesen weltbekannten Idiotentest. Das ist ja der Anfang. Dort lernte er dann auch diese Helena kennen, gespielt von Nora Tschirne. Und zu Beginn muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das einfach sehr langweilig, alles so ein bisschen auch plakativ und ich bleibe auch dabei, das ist ein Film, wo du im Großen und Ganzen schon ungefähr ahnst, wohin die Reise geht. Und trotz allem sage ich direkt im Voraus, das mache ich immer gerne, dass ich direkt am Anfang im Voraus sage, wie es mir gefallen hat. Ich mochte den Film. Ich fand den wirklich, schön ist vielleicht das falsche Wort, aber ich fand, dass der, der hatte sowas Wahrhaftiges, weil er über ein Thema redet, das allgegenwärtig ist, zumindest aus meiner Perspektive, das aber nicht so ehrlich behandelt worden ist in einem deutschen Mainstream-Film wie jetzt bei One for the Road. Max, wie war es bei dir? Ich glaube, ich mochte nur die ersten drei Minuten von dem Film tatsächlich, die, die du nicht mochtest, bis er sein Auto umgepackt hat. Und ja, ich glaube, ich weiß zu verstehen, was du meinst, aber ich fand den Film wirklich nicht schön und das, was du als wahrhaftig bezeichnest, würde ich auch eher wie so Abziehbildchen bezeichnen. Also, bei mir hat der Film eigentlich im Prinzip überhaupt gar nichts ausgelöst und auch keine, keine Ahnung, keine Verbindung zu irgendwelchen, ja, wie sagt man, Alltagssituationen. Ja, du hast da einen Typen, der immer noch seufzt wie ein 16-Jähriger, obwohl er schon auf die 40 zugeht, kenne ich auch, kenne ich zu Genüge, finde ich, ja, warte mal, du musst mir jetzt meinen Halbsatz, jetzt kann ich meinen Halbsatz nicht mehr sagen, finde ich auch nicht sonderlich sympathisch, wenn man so ist und auch nicht sonderlich erwachsen. Aber das ist ja jetzt hier, hier geht es um den Film und nicht um meine Meinung zum Alkohol. Du fandst die ersten drei Minuten am besten, weil das die einzigen Minuten sind, in denen der Alkohol unkritisiert dargestellt wird. Ja, du willst mich wieder hier in so ein Licht rücken, kenne ich schon. Nee, ich finde, das mit den ersten, das war auch nur ein kleiner Gag eigentlich im Prinzip, der Anfang ist eben sehr schön und schnörkellos irgendwie erzählt, also was ja immer die große Gefahr ist, dass dann irgendwie eine Exposition passiert und es wird viel zu lange drauf rumgeritten, was jetzt da eigentlich Sache ist. In dem Film war es jetzt nicht so, der war in der Kneipe, drei, vier Schnitte, dann hat er umgepackt, dann war er bei der MPU, das fand ich gut. Okay, man muss vielleicht auch, ich weiß nicht, ob wir darüber reden sollen, ob irgendjemand konkrete Erfahrungen mit Alkoholismus hat, woher auch immer und dann eher einschätzen kann, ob der Film jetzt so wahrhaftig ist, wie er sich auch für mich angefühlt hat. Ich habe im Kopf die ganze Zeit das Wortwitz gehabt, dass er relativ nüchtern erzählt war. Also wenn man sich den Trailer anguckt, man sieht ja, haha, jemand säuft, haha, er verliert den Führerschein, haha, er macht mit seinem besten Freund die Wette, okay, ich sauf, ich schaffe es, keinen Tropfen Wasser, äh, keinen Tropfen Wasser, keinen Tropfen Alkohol anzurühren. Klingt ja erstmal sehr abziehbildchenhaft, was ja auch du, Max, gesagt hättest. Aber so verläuft der Film ja nicht. Also er verläuft, man weiß zwar ungefähr, wo es hinläuft, aber er wählt dabei ziemlich viele Abzweigungen, die ich nicht gedacht hätte. Also er ist nicht so geradlinig, genau. Und so würde ich auch denken, dass das ganz klar bei vielen Süchten auch so läuft und das fand ich auch ganz gut dargestellt so. Also zu dir, diesem Wort wahrhaftig, was ein sehr großes Wort ist, ich meine damit gar nicht so sehr, dass er irgendwie so ein Baustellenleiter oder sowas ist und dass er, dass es er auch anscheinend keine finanziellen Nöte hat. Also der Führerschein ist weg, das findet er halt scheiße, aber ich habe da nie das Gefühl, dass es ihn jetzt wirklich, dass es jetzt irgendwas mit Existenzangst zu tun hat. Aber ich meine, wie er auch Alkohol konsumiert und wie das alles abläuft, das kam mir sehr bekannt vor aus, also durchaus aus Episoden meines eigenen Lebens als passiver Beobachter, sage ich mal. Gerade so, er versucht ja zu Beginn auch clean zu werden oder auf Alkohol zu verzichten, das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren und dann, wie es ihm prophezeit worden ist, kommt dann so diese Rückkehr. Und ich finde, das kenne ich nur so gut, weil das ja auch bei anderen Süchten so ähnlich verläuft. Und das hatte ich so von einem Film nicht erwartet und das Besondere für mich an diesem Film ist, wenn du mal Alkohol hier anschaust oder wie Alkohol eingesetzt wird in Serien oder Filmen, gerade wenn es zum Beispiel, überleg mal Sitcoms, wie oft siehst du Sitcoms und die Leute saufen da irgendwie Wein oder haben Weinglas in der Hand. Und das ist so eine Sucht, die halt einfach akzeptiert worden ist. Das wird ja auch in einer dieser MPU-Sitzungen mal erwähnt. Und ich finde, dass der Film es durchaus gut schafft, mich als Zuschauer für dieses Thema zu sensibilisieren. Denn was er wirklich gut gemacht hat, der Film, ergibt einem schon so ein bisschen, hat mir zumindest ein bisschen die Augen geöffnet. Hey, es ist doch irgendwie schon seltsam, dass du eher einen Grund brauchst, nicht zu trinken, als zu trinken. Ja gut, da sprichst du ja mit dem Richtigen. Also ich fand auch interessant, dass der Film entscheidet sich jetzt nicht dazu, den Alkohol total zu verteufeln, sondern wir sehen ja durchaus auch, ob es jetzt aus seiner Brille ist oder warum auch immer, wir sehen ja, was an Alkohol Spaß macht und es wird nicht hingestellt, du stirbst, wenn du säufst oder verlierst deinen ganzen Freundeskreis. Sondern er wird einfach so dargestellt, wie es sich scheinbar anfühlt und was dann halt schief gehen kann, geht dann schief. Ja, also das fand ich auch ganz gut. Es ist nicht so schwarz-weiß dargestellt gewesen. Ja. Und ich muss auch sagen, was mich wirklich emotional bekommen hat, ist, er hat ja dann so eine, ich möchte es mal sagen, Beziehung zu dieser Lehrerin, Helena, gespielt von Nora Tschörner. Ähm, und da gab es echt ein paar, in Anführungszeichen wirklich sehr unangenehme Szenen, äh, zum Beispiel, wenn sie halt irgendwie betrunken sich so gegenüber sitzen und einfach erzählen, wie sie in ihrer Jugend diese Cocktails genannt haben. Ähm, ich weiß nicht, warum das so bei mir gewirkt hat, vielleicht, weil ich mir immer dachte, so, okay, ja, genau, das kommt mir bekannt vor, so haben die Dinger wirklich bei uns damals auch geheißen. Ähm, also hier Blue Carassau mit irgendwas Grünem drin oder so, wer, wer sich erinnern kann, viel Spaß. Ähm, dieses, dieses, ähm, du siehst halt, dass die ganze Welt, die sie sich erschaffen, sich um Alkohol dreht, aber sie nehmen es gar nicht so wahr. Und wenn sie es doch wahrnehmen, haben sie im Prinzip so für sich, so wirkt es auf mich, schon so ein bisschen kapituliert. Und es ist kein Liebling des Vegas, dafür ist der Film dann doch zu klinisch und zu sauber und zu brav, aber ich war durchgängig wirklich überrascht, wie ernst der das Thema genommen hat, äh, und vor allem, wie wichtig diesem Film seine Hauptfiguren oder gerade, oder Mark und Helena sind. Weil er ihnen wirklich alles Gute wünscht, aber trotz allem die Schattenseite nicht ausspart und sie auch mehr als einmal ziemlich böse auf die Fresse fliegen lässt. Und ich finde, das gehört auch bei so einer Thematik dazu. Äh, ich rede jetzt schon wieder zu viel, Schlocker, jetzt darfst du auch mal was sagen. Lass doch nehmen, genau, das ist nett, dass ich sagen kann, aber jetzt kann doch Max mal direkt einsteigen, warum er das alles nicht so sieht, wie du oder wir. Nee, das interessiert keinen. Ja gut, dann warst du es jetzt mit mir, liebe Freunde hier. Max, möchtest du dazu noch was sagen? Ähm, ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen zurückspulen, weil ihr habt so viel, verschiedene Punkte angesprochen. Schachmatt! Ja, sorry, da muss man einem halt dann auch Zeit geben, mal dazwischen zu grätschen, ne? Ähm, nee, ich, warte mal, also um welche Sachen ging es jetzt hier bei euch, was ihr da jetzt angesprochen habt? Ich habe mir nämlich nicht mitgeschrieben. Ähm, dass er die Figuren ernst nimmt, der Film. Ähm, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich dazustimmen würde, weil mir die Figuren selber einfach, ich weiß nicht, die kamen mir nicht sonderlich lebensnah vor. Beide nicht. Ähm, die Art und Weise, also ich will jetzt nicht behaupten, dass, äh, dass ich da jetzt nach, nach irgendwas Plakativerem irgendwie Ausschau gehalten hätte, was jetzt dieser Mark irgendwie wäre. Ja, ich meine, ich gebe dir da schon recht, dass, dass, ja, ähm, also du hast jetzt hier nicht die Situation, in der der Alkohol komplett verteufelt wird, oder dass man, dass man da jetzt das große Dramafass jetzt irgendwie aufmacht und die Dinge jetzt, äh, schlimmer macht, als sie sind. Ähm, ich als neutraler Beobachter dieser ganzen Situation habe aber trotzdem irgendwie während des ganzen Films vermisst, ähm, so den Sicht, äh, den Blickpunkt oder den Blickwinkel einer Person, wie jetzt ich eine bin, die eben nicht trinkt. Und dann streckenweise halt dann irgendwelche Abende erleben muss, an denen sich Leute, äh, von Stunde zu Stunde einfach immer dümmer verhalten, ähm, miterleben muss. Weil ja das irgendwie auch so ein bisschen, glaub ich, der Kern der Kritik sein sollte, wenn der Film überhaupt Kritik an irgendwas, ähm, Alkoholkonsummäßig, äh, leisten wollte, dann daran, ich glaube nicht, dass der als großes Alkoholiker-Drama oder sowas aufgebaut ist. Dafür ist er auch viel zu schlecht geschrieben, finde ich. Und die ganzen Stationen, die er und Helena nehmen und machen, sind eigentlich im Prinzip auch komplett austauschbar mit jeder anderen deutschen Komödie, in der, äh, Leute keine Ahnung haben. Dann haben sie wieder in Berlin irgend so im Umland so ein scheiß Waldhaus irgendwo, sind auf so einer Kack-Einweihungsparty. Dann gehen sie besoffen in Berlin immer irgendwo auf irgendwelche Baustellen und machen da irgendwas. Dann kommt wieder so dieses Typische, äh, dann fahren sie in der Nacht mit offenem Verdeck und strecken sich aus dem Fenster raus, um den Pfadwind zu spüren. Scheißdreck. Das sieht halt immer aus wie so ein, keine Ahnung, äh, für mich ist das eher ein Werbefilm und ich kann mir keinen Werbefilm anschauen, aber ich glaube ja auch nicht, dass die Letterwerbung das echte Leben repräsentiert. Und der Film ist irgendwie so eine, so ein bisschen eine Letterwerbung, äh, für, ja, irgendwie, also ich will nicht sagen, dass der für Alkohol eine Werbung ist, aber, äh, ich finde, dass der Look und das Gefühl, dass der Film weitergibt, im Prinzip immer gegen seine Message arbeitet. Und, ja, ich hab, ich hab nicht, ich hab von Anfang an nicht damit gerechnet, dass es so sein könnte. Ja, komm, dann, dann grätscht jetzt ihr rein. Also, pass auf, ich, pass auf, ich, äh, ich lasse euch nämlich, äh, ich lasse euch nämlich heute Gedanken. Ja, ich, ich, ich kann nachvollziehen, dass das, also das ist ein valider Punkt, wie ich finde, der Look des Films, aber, was ich halt unglaublich wichtig finde, ist, für wen dieser Film gemacht ist. Und ich glaube kaum, dass du Leute damit erreichst, wenn du so ein Dark, Gritty und am besten noch auf, äh, was ich, vier Millimeter gedreht in Schwarz-Weil. Ja, aber das erwarte ich ja gar nicht, erwarte ich ja gar nicht. Was erwartest du denn dann? Ich erwarte, ähm, einen Nicht-Werbefilm. Aber klar, es gibt so Szenen, wie sie, die du jetzt genannt hast, mit sie gucken aus einer Limo oben raus, sie gehen auf die Baustelle. Aber es gibt doch dann wiederum auch ganz viele Szenen, die, die man nicht so erwartet hätte. Also, dass, die Dialoge, die, die, ähm, Marc und, ähm, Helena manchmal führen bei ihr zu Hause, wo sie erzählt, was sie auf der Arbeit erlebt hat, was, wo der Alkohol hingeführt hat. Oder das, was auf der Baustelle dann passiert, wo ich kurz dachte, ah ja, natürlich passiert jetzt das und das, um irgendwie was Dramatisches einzuleuten. Ähm, das fand ich auch krass für einen kurzen Moment. Oder eben, ähm, zum Beispiel, dass ich, als er zu Hause sitzt und dann kommt dieser Vogel reingeflogen, wo du auch kurz dachtest, okay, wofür steht jetzt dieser Vogel? Wird der Vogel jetzt das neue Symbol? Und ich weiß nicht. Ja, aber ist der, ist der, ist der Vogel irgendwas gewesen, außer dass er reingeflogen ist? Also, der Vogel kann halt viel bedeuten, also, dass eingesperrt sein und so. Und der Vogel war, das ist doch Berliner, alle, das ist doch Berliner, alle, psychologisch. Ja, aber trotz allem, also, wie gesagt, der, der Film hat einen sehr klaren, clean Look und er hat auch eine gewisse, gebe ich dir recht, eine gewisse Werbeästhetik. Aber ich fand's nicht störend, ich glaube eher, dass es für den Film förderlich ist, weil er somit seine Message besser repräsentiert. Also, ich weiß nicht. Weil, pass auf, die Message bei Letta ist, kauf Letta. Und bei One for the Road die Message ist halt, pass mal ein bisschen besser auf und so geil ist vielleicht Alkohol nicht immer. Pass ein bisschen auf. Und wenn das die Werbeaussage ist von One for the Road, dann finde ich das absolut legitim und dann stört mich der Look auch kein bisschen. Aber ist es nicht irgendwie keine Ahnung? Also, wie ging's? Max, gib doch auf. Ja, nee, nee, ich kann nicht aufgeben, ich hab zwei dicke Daumen, da kann ich heute viele Leute mit abhalten. Die sind da auf dieser Einweihungsparty, ne? Ja. Mit dem Haus am See, genau. Das Haus am See, das da neu hergerichtet worden ist, natürlich wieder alle, unglaublich, keine Ahnung, jeder Zweite, der da war, hat ein Start-up. Dann, keine Ahnung, haben sie in Berlin, im Umland, können die sich zwölf Hektar Wald, äh, zwölf Hektar, Hektar Wald leisten. Das ist Hektar, das ist Hektar 1, das ist Hektar 2. Und dann kommt eben so diese, ich weiß nicht, die bei Konstantin Film irgendwo in so einer Schublade drinliegende Sequenz, ja, jetzt machen wir, jetzt sitzen wir dann alle draußen und dann unterhalten wir uns über irgendein Thema und in dem Fall machen sie dann so eine Online-Umfrage, trinkt ihr zu viel? Weil dann die Dialoge, die da hinführen, schon so unglaublich Billo-Scheiße sind, da unterhalten sich dann im Vordergrund diese zwei Mädels dann irgendwie drüber, ich weiß gar nicht, was sie da irgendwie einleitend sagen. Von wegen, ich hab da vor kurzem eine Umfrage gelesen, wo da gesagt wurde, dass Alkohol ganz schlecht ist, zu einem Zeitpunkt, an dem sie einfach im Prinzip überhaupt nie, also ich weiß nicht, das ist filmmacherisch, da kräuselt sich bei mir jeder Zehndagel hoch, wenn ich sowas sehe. Das ist für mich einfach Fremdschämen. Also, pass auf, das mit dem, mit dem, mit dem Waldhaus gebe ich dir, das ist natürlich alles, das hast du schon 100 Mal gesehen. Gib mir das Waldhaus. Genau, das Waldhaus kannst du haben, ich lasse dir auch den Vogel, aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist alles absolut okay, ich hätte es nicht gebraucht, vielleicht hätte der Film ein bisschen mehr Schmutz auch gut getan, aber ich finde, für das, was der Film sein möchte, macht ja das alles echt gut. Und, dass da jetzt irgendwie diese Umfrage, ja, ich hätte es auch nicht gebraucht, weil das halt nochmal so ein bisschen, übrigens, wer es noch nicht verstanden hat, der Film handelt darum, aber, 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 aber warum macht man sowas, keine Ahnung, der Film, der hört doch dann auch Scheiß, zwei Stunden, mein Lieber, eben. Ja, um den letzten Depp noch mitzunehmen. Ja, ich will aber nicht den letzten Depp mitzunehmen. Ja, bitte hört mal kurz weg, was ich sage, die meisten Kinogänger sind saudumm. Ja, das, nee, sind sie eben nicht. Ja, weil die, die das Geld geben, sind saudumm, die willst du auch erreichen. Das sind die, die auch die The Nun 2 so, so geil finden. Ey, die sind nur eine 2. Nee, ich weiß nicht, also. Ach, und auch was, Max, der ist nicht mehr Konstantin Film, der Film ist von Sony. Ja, ich weiß, ich weiß, dass der von Sony ist, aber die benutzen alle. Nee, weißt du nicht, was du jetzt gesagt hast. Nee, ich weiß, das wusste ich. Also die Stocker und ich mögen den Film sehr gerne, vielen Dank fürs Zuhören. Nein, ich habe noch mehr zu sagen. Leute, so, so weit, so, da flutscht ihr mir jetzt nicht durch, weil, ganz ehrlich, wir sind noch gar nicht mal an der Spitze des Eisbergs. Oh, scheiße. Aber Max, ich sehe, deine, das ist ja alles valide Kritik. Wer, wer ist das? Entschuldigung, war ein Witz. Das ist der valide Kritik. Ja. Neben dem Hector 3 steht der. Hector 4 heißt übrigens Martin, aber das ist egal. Entschuldigung, okay. Wir sind zum Beispiel noch überhaupt nicht auf den nächsten Streitpunkt irgendwie draufgekommen. Friedrich Lau, mein großer Freund. Okay, pass auf, pass auf. Ich weiß schon länger, dass du den nicht magst. Ich sage nur Viktoria. Und ich finde nicht alles toll von dem, aber, und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, dass ich auf den großen Leinwand den gesehen habe, das klingt jetzt sehr negativ, aber der Mann hat eine Fresse. Der hat eine richtig geile Präsenz. Ich mochte den sehr in dem Film. So, ich sag's mal, aber ich mag Friedrich Lau in dem Film. Das Ding ist, dass der, dass der praktisch zwei Seiten in dem Film mehr oder weniger gezeigt hat, für mich jetzt. Nichts und besoffen. Auf der einen Seite natürlich, ja, ja, nee. Die besoffene Seite, sorry, tut mir leid, aber ganz ehrlich, das ist, ich weiß nicht, habt ihr den Betrunkenen irgendwie abgekauft? Das ist doch Didi Haller vor dem Betrunkenen gewesen. Keine Ahnung. Nee, fand nur, also für mich war die eine Cringe-Szene die, wo sie zusammen besoffen in das Restaurant gehen, wo auch dann der beste Freund sitzt. Das hätte ich, das hätte ich auch nicht gebraucht. Das war auch für die letzten Deppens. Das ist auch, das ist auch, das ist auch tatsächlich. Da habe ich auch kurz gedacht, das tut mir weh, so ein bisschen das zu sehen. Tatsächlich, wenn ich, wenn ich jemanden darstellerisch nicht so gut fand, nicht gut fand, aber der mir dann nicht reingepasst hat, war es sein bester Freund, dieser Nadim. Ja, den weiß ich. Den fand ich super. Also, der hat eine wichtige Rolle, aber ich fand, das war nicht, für mich wirkte das als Spiel nicht überzeugend. Ich möchte dem Mann ja nichts Böses, aber. Okay, vielleicht fand ich die Rolle super, nicht wie er gespielt hat. Die Rolle war super, aber so wie er es rübergebracht hat, das war nicht so meins, glaube ich. Ich habe den beiden nicht abgekauft, dass die miteinander befreundet sind. Ja, okay, da musst du gleich einfach eine Background-Stand annehmen, ohne dass die vorgekauft wird. Ja, 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 das mache ich ja dann auch. Hast du nicht das Freundschafts-Titou? Die haben ein Freundschafts-Titou. Das mache ich ja dann auch, dass ich das dann hinnehme. Also, ich muss tatsächlich sagen, ich finde Nora Tschirner toll, aber an manchen Stellen in diesem Film dachte ich, jetzt ist sie mir zu Nora Tschirnerig. Ja, die spielt doch immer bloß Nora Tschirner. Genau, ich mag das, wie sie spielt. Ich finde, sie spielt authentisch, genau, schnottig, keine Ahnung, was du gerade sagen wolltest. Und manchmal an dem Film dachte ich, das passt mir gerade nicht. Aber ich fand, eigentlich finde ich sie ja sehr, sehr gut. Und zurück zu Fredrik Lau, der spielt nämlich ähnlich wie Nora Tschirner. Ich finde auch, dass der relativ authentisch wirkt. Aber der spielt immer Fredrik Lau. Ja, aber es passt für mich dahin. Also, es war für mich eine Rolle, die zu Fredrik Lau gepasst hat. Ja, aber ich fand den auch sehr gut. Ich hab den gerne angeguckt. Und für mich, der MVP des Films ist übrigens, und wahrscheinlich wird der Max jetzt wieder auch aufschreien, dass er scheiße war. Aber der Typ, der diesen Doktor Blau spielt, hat diese, weil der hatte sowas, sowas Ruhendes. Der Therapeut in der Sitzung, in dieser Woche hin müssen, die zur MPU hinführt. Genau, jedes Mal, wenn der Film zu ihm kam, war das so eine Art Ruhepol, den ich tatsächlich auch ein bisschen gebraucht habe, weil es da wirklich auch ein paar Szenen gab, die, ich möchte nicht zuerst ins Detail gehen, die haben mich an Erlebnisse meines eigenen Lebens erinnert. Und irgendwie war es immer ganz schön, diese Figur zu haben, diesen Ruhepol. Bei dem fand ich wichtig, dass der eigentlich total klischeehaft ist und eigentlich genau das macht, was man denkt und was das Drehbuch sagt wahrscheinlich auch. Und trotzdem nehme ich dem Typ das ab, dass das auch einen Effekt haben kann auf andere Menschen. Also ich nehme dem das ab, dass es so funktionieren kann, dass es nicht, ich haue dir eine Plattitüde auf den Kopf und da musst du damit leben, sondern irgendwie habe ich dem das, ich fand das irgendwie auch glaubwürdig. Und jetzt du, Max. So, also, bevor ich mir irgendwelche Mutmaßungen über das, was ich meinen könnte, angestellt werde und mir irgendwelche Sachen in den Mund gelegt werde, den Kerl, den fand ich auch in Ordnung. Ich fand, die Rolle ist mir natürlich auch ein bisschen zu sehr, also ich frage mich immer, wieso praktisch die Leute, die dafür stehen, was das Richtige ist, nämlich ohne Alkohol zu leben. Sorry, dass ich mir, dass die immer so wie, keine Ahnung, ein bisschen die ungeliebten Jungs aus der hinteren Reihe dargestellt werden. Aber gut, okay, das ist mir, in dem Fall war es mir auch egal, weil, ähm. Ich wollte dir auch sagen, also pass auf, schon über die einen Ratsch, aber da gebe ich dir recht, nur ich fand halt, dass er zum Schluss irgendwie mit der Coolste war. Also, ich wollte gerade auch sagen, also der hatte, der hatte für mich dann so eine, hm, der war irgendwie wie so ein, wie nennt man das, so ein Landmark irgendwie. Du hast praktisch über den immer wieder in, äh, auf, auf, in die Story zurückgefunden, auf eine gewisse Art und Weise. Und, äh, ja, von dem her, also den, den fand ich jetzt vielleicht ein bisschen zu, äh, zu klischeehaft, aber das verzeihe ich dann auf eine gewisse Art und Weise. Der hätte ja auch irgendein blöder Comic Relief oder sowas sein können. Und, ähm, das haben sie zum Glück nicht gemacht und deswegen, ich meine, diese... Von Kajajana als Therapeut. Ja, du, keine Ahnung, wenn Bühle... Ja, der Film war überhaupt nicht zotig, das war doch gut. Also, ich hab nämlich auch kurz überlegt, mich wurde gefragt, ist das eine Komödie? Und das ist keine Komödie. Also, der ist jetzt nicht bierernst, haha, aber er ist auch nicht, er ist nicht zotig, er ist nicht übertrieben albern. Also, sagen wir mal, er hat schon sehr, sehr schlechte, äh, Gags, also die Gags... Die Veganer-Gags, meinst du? Ja, ich weiß nicht, aber das ist halt schlechtes Dialog. Oder auch die... Aber diese Veganer-Gags sind keine Gags. Das sind einfach nur... Das sind keine Gags, das sind... Nein, das gibt... Weil die Leute irgendwas sagen müssen, deswegen. Da haben sie gesagt, da stand ein Interior-Container-Büro, Friedrich Lau und die Schauspielerin sitzen da und unterhalten sich da und dann kommt halt dann im Drehbuch, steht halt dann irgendwie eine Dialogzeile. Die könnten sich natürlich auch irgendwie anschweigen, wie es in jedem anderen europäischen Land wäre, dass die Leute einfach mal ein bisschen spielen, indem sie nichts sagen. Oder einfach da sitzen oder über irgendwas absolut nichts sagen, obwohl diese Veganer-Witze wandern... Nee, die sind gar nicht so nichts sagen. Für alle, die sich fragen, wie Max intern bei uns heißt, er heißt Optimismus-Joe. Nee, also, das ist genauso diese Sache mit diesem Gritty-Look und sowas. Was ich meine, ist ja nicht, dass du das jetzt irgendwie mit zerstochenem Filmmaterial irgendwie auf die Leinwand hauen sollst und... Keine Ahnung, das machen... Der Rausch beispielsweise geht ja auch über das Thema oder sowas. Gut, der ist ernster, der hat praktisch ein bisschen einen anderen Blickwinkel und der geht auch die Sache eigentlich völlig anders an, aber... Finde ich gar nicht. Ich finde, man kann die zwei Filme ähnlich... Was? Ja! Also klar, das eine ist ein skandinavischer Film und das andere ist ein deutsch erzählter Film, aber sie haben doch von der Grundtonalität her, gehen sie das Thema doch gleich an. Also, pass auf, das ist ja ein Podcast heute, der ist ja Wahnsinn, jetzt bin ich auf Max' Seite, also ich finde das auch, dass der Rausch und One for the Road würde ich nicht miteinander vergleichen, nein. Wie, es geht bei beiden Themen um Alkoholismus? Ja, klar, klar, aber in jedem Western kommt auch ein Cowboy vor. Trotzdem würde ich jetzt so Wild Bunch nicht mit Cowboys und Aliens irgendwie gleich sagen. Ich bin immer gespannt, wann Joschi und ich uns gegen dich verbinden. Nee, ich meinte jetzt im Sinne von, dass du, dass du, dass es so halbwegs aus einer realen Situation heraus... Okay, also nee, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Situation von One for the Road, die Ausgangssituation tatsächlich in Anführungszeichen realistischer erachte als bei der Rausch. Ich muss tatsächlich sagen, oh Gott, da muss ich jetzt erst du zur Seite stellen, weil was man bei One for the Road halt tatsächlich nicht sagen kann, das ist, dass diese Ausgangssituation eine komplett aus der Luft gegriffene ist oder eine konstruierte, weil das ist so ziemlich... Das Wahrhaftigste an dem Film ist diese Tatsache, dass halt in unserer Gesellschaft, und da nehme ich jetzt mal so ein bisschen die gesellschaftspolitischen Schwängel mit in unserem Podcast, dass das halt tatsächlich so ist, wie es ist. Und das kann man halt beobachten, vor allem, wenn man in einer Situation ist, in der man, sag ich mal, immer mehr wie so ein Außenstehender wirkt. Und deswegen bin ich ja auch so verärgert, dass der Film es nicht geschafft hat, diesen Blickwinkel dann irgendwie vernünftig zu tanzen. Du bist doch der Blickwinkel als Zuschauer, oder warst du besoffen, als du den Film geguckt hast? Du bist doch der nüchterne Betrachter. Ja, ich bin, aber ich kenne es ja, wie es ist. Weißt du, wie ich meine? Aber das sind doch wirklich aus Zehn in dem Film, wo auch die, ich finde ja gerade das Gute, dass du hast nicht die nüchternen Ottos und du hast den Alkoholiker, sondern du hast die Freunde, die halt in Anführungszeichen normal saufen. Das ist jetzt ganz breit gefasst, was ich jetzt damit meine. Und man sieht aber den Unterschied, was bei Frederik Lau passiert, dass du auch in der Hüttenacht besagter, klischeehaften Einweihungsfeier, was dann passiert, was uns ja zeigt, was dann eben passieren kann. Wir können es ja jetzt ansprechen, ist doch wurscht. Dann zerstörst du halt, weil du die Räume verwechselst. Nee, also ich weiß nicht, ich bin da so als Beobachter kam es für mich nicht authentisch rüber. Das, was ich praktisch aus dem realen Leben irgendwie kenne, okay, dann kann man jetzt natürlich sagen, hey, warum gehst du dann in einen Film, wenn du reales Leben sehen willst? Das ist ein valider Punkt. Da muss ich dann sagen, okay, habt recht, Punkt für euch. Aber ich habe dieses, ich habe dem Film einfach nicht abgekauft, dass er weiß, was er da erzählt. Okay, also ich verstehe dich jetzt richtig. Du hattest das Gefühl aus deiner Erfahrung und ich war auch schon nüchtern auf Partys, wo andere total besorgen und abgestürzt sind. Ja, war jeder, war jeder. Genau. Du hattest das Gefühl, dass der Film diese Leute zu positiv darstellt und nicht direkt und zu cool und zu werben und dass es nicht direkt gezeigt wurde, wie sieht eigentlich von außen so eine Alkoholgesellschaft aus? Meinst du das? Ich habe, ja, ich habe es dem Film nicht wirklich, wie soll man sagen, es gibt Filme wie zum Beispiel bei Systemsprecher, ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Da bin ich in dem Film drin und merke irgendwie, dass die Leute, die den Film geschrieben haben, die Sachen komplett gut recherchiert haben. Die gehen da auf kleine Details irgendwie ein, da sind Dinge mit dabei, die irgendwie, ja, nicht zotig oder klischeehaft sind und das war jetzt bei dem Film einfach nicht der Fall. Der Film hat immer nur ein filmisches Abbild dessen geliefert, was er irgendwie sagen will. Also der hat praktisch genügend Stellschrauben bedient, um mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, oberflächlich eine gewisse Anzahl an Wahrheiten abzuhaken, als wäre es irgendwie eine Checklist. Aber es, mir ist der Film nie so vorgekommen, als würde er praktisch tiefer reingehen in diese Materie und wüsste er auch wirklich, was er aussagen will. Weil, ja, manche Sachen waren halt dann doch zu, zu einfach, ja. Es war für dich mehr Petting und weniger Penetration, um es mal so auszunehmen. Ja, ich mag Petting eigentlich auch ganz gerne, also von dem her habe ich jetzt damit nichts verloren oder gewonnen. Ich verstehe ja deine Punkte und ich möchte deine Kritik auch nicht malig machen und für deinen, wie gesagt, aber ich finde es halt okay. Wie der Film ist, weil ich glaube, dass der einfach ein ganz anderes Publikum anspricht, wie zum Beispiel ein eher, ja, Nischenfilm, wie ein Systemsprenger, der großartig ist. Und wo ich dir auch recht gebe, der ist vermutlich auch, weil es da um andere, da geht es ja auch um ganz andere Systematiken als hier. Ja, das ist klar. Weil hier wird kein, 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 wird ein ganz anderes System, ein sehr privates System offengelegt. Und wie bei uns in Köln sagt, jeder Jeck ist anders. Aber der Film hat sich hundertprozentig mit keinem einzigen Alkoholiker vorher unterhalten. Würde ich ihm jetzt komplett unterstellen. Ja, also was der Film auch suggeriert, ist, dass ja in einem Großteil der Gesellschaft ein Alkoholiker schlummert. Und von da ausgehend würde ich schon denken, dass da viele was zu beigetragen haben. Also es ist ja diese, wir hatten so schön, dieser Systemalkoholismus, dieses akzeptierte Saufen. Also was er ja zu Beginn des Films auch macht, nach der Arbeit in die Kneipe. Und dann kommt man halt eben leicht alkoholisiert nach Hause und liegt im Bett. Also das ist ja die Art von Alkoholismus, die ich halt immer versuche zu meiden. Also ich bin jemand, der gerne auch mal über den Durst trinkt, aber immer so auch mit Abstand. Also ich würde jetzt niemals irgendwie jetzt drei, vier Tage am Stück so durchsaufen können. Will ich auch gar nicht. Aber hin und wieder finde ich das okay. Gut, dann stelle ich jetzt einfach eine andere Frage und die Frage lautet, hat sich vielleicht der Film schon mal mit irgendwelchen, weiß ich nicht, MPU-Psychologen oder sowas unterhalten, die vielleicht an der Sache dann ein bisschen eher mit dran sind? Ich weiß nicht, auch das... Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch einfach echt langweilig gewesen wäre, wenn der MPU-Psychologen gemacht worden wäre. Nee, das nicht, aber auch, weiß nicht, diese ganzen Gruppensitzungen. Ich meine, mal fernab von dem Herrn Blau, der da, der haben wir ja festgestellt, unser heimlicher Held des Films ist. Weiß ich jetzt nicht, ob diese Geschichte... Pass auf, ich weiß ja, was du meinst. Aber das ist doch schon hunderttausendmal, das ist doch egal. Aber es funktioniert halt. Aber das ist doch die gleiche... Das ist dann im Film, da geht es dann um einen Sexbesessenen. Dann kommen die gleichen Gags, also wenn es jetzt irgendwie aus einer geschissenen deutschen Komödie irgendwie kommt, dann sind das die genau gleichen Gags, die dann wieder gemacht werden. Ja, das finde ich interessant. Also ich glaube schon, dass man genau den... Ja, das sehe ich glaube ich auch schon. Aber hier geht es doch gerade, das ist doch der Witz, dass selbst mit Sexbesessenen, das ist nicht so alltags angenommen und in der Gesellschaft eingegliedert. Also klar, du hast total recht. Man könnte den Film drehen und du ersetzt Alkohol mit irgendwas anderem, du hättest die ähnlichen Szenen, keine Ahnung was. Aber es ist nun mal der Film, der er ist und für der, der er ist, funktioniert er gut. Und das kritisiere ich auch. Ja, das darfst du auch kritisieren, das ist ja auch gut. Also natürlich ist es hier kein Oscar-Film, ganz klar, oder kein Film, der eine Autobiografie von dem krassesten Alkoholiker verfilmt hat. Nee, nee, ich meine, das wissen wir ja alle, als wir vorher angeschaut haben. Ich finde halt die Thematik wichtig und ich finde, wie er die behandelt, ist gut für die Art von Publikum, die er erreichen will. Und das ist nun mal nicht, das ist nicht das Kino, was irgendwie in der Stadtrevue liest, oh, ein Systemsprenger, das klingt interessant, lass mal da reingehen. Oh, von der Regisseurin von Tore Tanz, interessant, interessant, das ist interessant. Sondern es ist halt einfach für das breite Publikum, breite Publikum ist ja eine schlechte Äußerung, wie ich gerade merke, für das Massenpublikum, ja. Wobei ich tatsächlich nicht weiß, ob das wirkt, tatsächlich. Wirst du da irgendjemanden finden? Ich meine, ganz ehrlich, ich will jetzt hier nicht sagen, dass der Film irgendeine erzieherische oder pädagogische Wirkung haben soll. Das muss ein Film gar nicht haben, keine Ahnung. Das liegt immer an den Zuschauern selbst. Aber wenn der Film gut wäre, würde ich jetzt mal behaupten, dann würde er, wenn du so ein kleiner Mark bist oder eine kleine Helena, dann müsstest du ja eigentlich nach dem Film dir schon so ein paar Gedanken machen, ob das so der Fall sein sollte. Und wenn ich mir überlege, okay, hätte mir der Film vor zehn Jahren, hätte mir der irgendwie, ich meine, der geht ja auf ein paar Themen, ich weiß nicht, gar nicht so direkt ein. Der wird halt sofort irgendwie zum Alkoholiker gemacht. Aber der Sprung, dass er einfach auch, ja, so ... Das kann ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen. Ich finde, dass der Film halt ihn bereits zeigt, wo er schon ein ganz klares alkoholisches Leben sagt. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich habe es gerade beim Respekt. Es ist ja nicht so, oh, Dienstag, ab morgen bin ich Alkoholiker. Nee, 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 also ich wollte jetzt darauf hinaus, dass die Komponente für mich irgendwie fehlt, dass er eben auch eine Belastung für sein Umfeld ist. Man merkt es in der Arbeit zwar, ja, aber wie, wie? Aber das mit den Freunden ist, so hat er diesen Nadiem, und ansonsten hat er ja auch irgendwie keine Freunde, so richtig, was für mich auch ein klares Zeichen dafür ist, so, ja, der hat halt Freunde, aber immer nur dann, wenn er irgendwie so saufen geht. Ja, und das fand ich ja gerade das Gute, dass es nicht so, okay, hier, du säufst nicht, du hast Freunde, du säufst, alle wenden sie von dir ab, und alles geht bergab. Und das wird ja angedeutet, dass das subtil passiert oder eben schon passiert ist, weil er ja, es wird ja auch gezeigt, dass er, er ist ja auch irgendwann mal im Krankenhaus, und das ist ja anscheinend nicht das erste Mal, dass er im Krankenhaus ist. Also wir, das läuft ja schon viel länger, als wir ihn nur in diesem Ausschnitt des Films sehen. Also ich finde, wenn man das so betrachtet, dass es eben diesen Alltagsalkoholismus zeigt. In einem deutschen Film, der, hast du direkt am Anfang gesagt, du weißt, wo der Film hin will. Und das Schöne ist ja nicht, dass wir jetzt toll finden, wie der Film von A nach, dass der A hat und B hat, sondern wie er seine Schlenker macht auf dem Weg von A nach B. Und das fand ich eben nicht ganz so klischeehaft deutsch, dass eben diese Wette ist und die klappt dann nicht oder keine Ahnung, sondern dass ein paar Dinge passieren, die ich irgendwie ganz angenehm umwegig fand. Und was ich auch wirklich schön fand, gerade so das Thema, die Wette, ich dachte so, oh Gott, nein, nicht so eine Wettding-Sache. Und ich finde, dass er das ja auch dann irgendwann sein lässt. Also es geht halt um die Wette, das ist ja so seine Motivation, aber es durchzieht sich den ganzen Film. Die Wette spielt ja dann irgendwann mal keine Rolle mehr. Genau, aber das ist doch cool. Oder auch dieser Love-Interest. Ich habe ganz kurz gedacht, wie geil, es ist eigentlich völlig unwichtig, ob die zwei einen Love-Interest haben oder nicht. Leider, in Anführungszeichen, wurde es dann doch mehr zum Thema. Aber es hätte meiner Ansicht nach auch cool gewesen, wenn die zwei überhaupt keine romantische Beziehung anfangen, sondern dass die einfach nur dieses Thema Alkohol verbindet. Und das fand ich zum Teil des Films auch ganz cool, dass es auch so wirkte, als wäre das eben nicht Schema F. Ja, gut, aber ich meine, trotzdem, also ich hatte trotzdem, nee, nee, ich hatte trotzdem auch immer das Gefühl, dass es natürlich auf eine Romanze rausläuft. Und am Ende läuft es auf eine Romanze raus. Also dann ist es halt doch passiert. Und ich muss auch sagen, mir hat die Romanze auch gefallen. Ich bin ja manchmal durchaus so ein kleiner Pessimist und so ein kleiner, ja, so Schwarzmaler. Aber manchmal mag ich es auch ein bisschen romantisch. Und ich fand diese Romanze, das habe ich auch ein bisschen gebraucht bei dem Film, will ich ganz ehrlich sein. Das, was ich übrigens noch gerne mit euch bereden würde, und da müssen wir ein bisschen aufpassen, den Spoiler, ich finde zwar, dass man den Film nicht groß spoilern kann, aber trotzdem. Ihr macht doch einfach eine Spoilerwarnung. Nee, 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 Spoilerwarnung ist jetzt auch so. Es geht ja einfach nur darum, dass er jetzt, es geht ja auch zum Thema, ganz zum Schluss wird ja auch dieses Thema, Eltern und Familie aufgemacht. Und die letzte Szene, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte es nicht gebraucht. Ich hatte das Gefühl, dass der Film mit der letzten Szene nochmal irgendwie versucht, etwas zu erklären, wofür es aber, glaube ich, keine Erklärung benötigt hätte. Denn es gibt, jeder Mensch ist halt eigen und jeder hat seine eigenen Probleme und nicht jede Probleme lassen sich damit lösen, dass man seine Eltern besucht, sage ich mal so. Ja, okay, das, also, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das ist eigentlich im Prinzip der Punkt, an dem ich sage, genau das ist aber auch das, was mich an dem Film stört, dass der viele solche Momente irgendwie hat oder Elemente, die einfach, die den für mich halt dann wieder so künstlich machen. Ich weiß nicht, welches andere Wort ich dafür verwenden soll. Genauso wie dieser bescheuerte Nachbar, der ihm dann am Ende irgendwie sagt, dass er ihn eigentlich beneidet. Ja, muss ich sagen, da hatte ich irgendwie so Fallklapp-Vibes, auch weil davor irgendwie Where's My Mind for the Pixies lief. Ja, das war ganz komisch, dass dieses Lied da lief. Das habe ich nicht verstanden, warum sich dafür entschieden hat. Ja, warum? Ja, rat mal warum. Ja, weil er zwei Geister, zwei Psychen, zwei Leben lebt, in sich drin trägt. Ja, weil es halt ein schönes, gefälliges Lied worden ist. Das ist einfach, ich weiß nicht, das ist ja jetzt auch schon ausgenudelt. Ich fand ja Where's My Mind for the Fight Club toll. Ja, aber heutzutage wird es halt benutzt, da musst du echt aufpassen, dass du damit nicht irgendwas andeutest oder so, wenn so ein Lied läuft. Ich weiß nicht, wenn man dann auch wieder von ... Das ist halt deutungsschwanger. Auf der anderen Seite musst du halt dann natürlich wieder sagen, okay, ja, und dann erst sprecht ihr von den Zuschauern, die da reingehen, ne? Und auf der anderen Seite wissen wir aber nicht mal, ob die alle überhaupt Fight Club gesehen haben und dann überhaupt einen Bezug dazu feststellen. Dann wäre es ja wurscht. Dann ist es ja wurscht, ja. Ja, aber die letzte Szene, ja, ich finde auch, das war auch wieder so, jetzt müssen wir alle abholen. Mich hat sie natürlich trotzdem gekriegt, aber nur weil ich irgendwo weine, heißt es ja nicht, dass ich es gut heiße, dass da die richtigen ... Man kann auch weinen, weil man Schmerzen hat. Ja, nee, ich habe leider geweint, weil es mich gerührt hat. Aber ich werde ja leicht gerührt. Man weiß ja, wie schnell diese Knöpfe gedrückt werden. Das heißt ja nicht, dass ich es gut heiße. Ja, also ich fand es ganz schön, das zu sehen, so Katharsismäßig, aber es war sehr billig. Also es war natürlich ein ganz einfaches Mittel, da was Bestimmtes zu erreichen. Ich glaube, dass in dem Film ein besserer Film gesteckt hätte, wenn den, wenn den, sage ich mal, fähigere Menschen gemacht hätten. So, das sage ich eigentlich nicht so gern, weil ich will mich da jetzt nicht so aus dem Fenster lehnen und ich weiß, dass ... Max, ich hätte One for the Road besser gemacht. Nee, sicherlich ich nicht. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Gibt dieses Material jemanden, der da nochmal drüber schaut? Das ist ein gutes Vorproduktionswerk. Wenn du dir dann nur einmal polierst und sagst, komm, schmeißen wir die ganzen unnötigen ... ... und polierst im Sinne von dreckiger machst? Nee, ja, du, wie man es auch sieht, keine Ahnung. Weniger, na, ehrlich gesagt meine ich mit polieren nicht unbedingt dreckiger machen, aber da können wir uns dann später noch unterhalten, hier wird es kein Bock mehr. Aber eine Sache noch, wovor wir zu Patten kommen. Kennt ihr das Poster? Weil das Poster nicht mehr ... Ja, lass mich raten, das wäre es wieder mit so einer ... Ja, warte, ich weiß es. Es ist wahrscheinlich rosa Schrift und im Hintergrund hast du die zwei fressen irgendwie, oder? Er liegt am Boden und um ihn rum sind ganz viele Alkoholflaschen von oben. Genau, und er prostet einem so zu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ... Ohne Worte. Ich sehe das Poster jetzt, ich habe gerade den Monitor und er starrt mich die ganze Zeit an. Ich weiß, also, ich muss sagen, ich mag das Poster, aber ausgehend vom Poster ... Aber du bist ja auch ein bisschen ein Frederiklau. Das schaut genauso aus wie das Poster von, wie hieß das, 100 Dinge oder sowas. Ja, fuck, ich bin Bescheid. Nein, überhaupt gar nicht. Warte mal, die Schau ... Also bitte, die schauen doch alle gleich aus. Das ist sogar die gleiche Schriftart. Dreh an dem Rot ein bisschen in die Purple-Schraube und dann hast du das gleiche Poster. Nee, also das ist anders doch ein Schweighöfer-Film. Schweighöfer-Fitz-Film. Und hier hast du ... Das ist doch das Gleiche. ... ein halbwegs unverbrauchtes Gesicht, was nicht irgendwo ... Ach, halbwegs unverbraucht. Der Frederiklau wäre das Gegenteil von halbwegs unverbraucht. Jetzt macht aus dem nicht den ... Der ist jetzt auch schon mehr als zwölf Jahre im Geschäft. Aus ... Böser Max, böse Schlocker. So. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich mag das Poster tatsächlich, es fällt mir ganz gut. Aber irgendwie, ausgehend vom Poster, wenn ich jetzt im Kino stehen würde und würde sagen, oh, guck dir das Poster an, Frederiklau mag ich eh, gehe ich rein. Ich finde, das Poster wirkt unpassend. Also irgendwie wie so eine Komödie. So ein bisschen wie Hangover 3-mäßig, wisst ihr? Ja, aber das soll doch der Trailer auch suggerieren, dass eben dann der Dreh- und Angelpunkt ist diese Wette. Ganz klischeehaft. Seit wann guckst du Trailer? Ich gucke die da nach mir an. Ich gucke mir die Trailer nach den Filmen an. Boah, du bist echt so eine Streberin. Es ist manchmal echt schlimm mit dir. Die Trailer nach den Filmen. Wenn ich sie vorher gucke, wird ja alles verraten. Dann hätte mich doch die Szene, was er zum Therapeuten sagt. Welcher Satz fällt die ein? Die hat mich total berührt, aber die wird ja alles verraten. Du machst praktisch aus einem Trailer einen Appendix oder so eine Sekundärliteratur. Ich mache aus dem Trailer die Zusammenfassung des Films danach. Okay, es wird halt ein Podcast-Appendix und der heißt Fazit. Und ich würde sagen, wir machen so eine richtig schöne Kotstulle. Weil er heißt, Flora fängt an, dann Max, dann ich. Eine Kotstulle? Eine Kotstulle. Okay. Wie immer beim Verhalten. Ich habe das Gefühl, ich hätte alles schon gesagt. Entschuldigung. Ich rede einfach weiter. Ich fand den Film ganz gut. Ich mochte, wie gesagt, er war natürlich vorhersehbar. Er war deutsch erzählt. Ich mochte aber, ich fand Friedrich Lau als Protagonist sehr angenehm. Ich habe durchaus auch Cringe-Gefühle gehabt. Ich mochte den Therapeuten gerne und ich mochte sehr gerne die Umwege, die der Film genommen hat, was er auch einfach ganz schwarz-weiß und platt hätte erzählen können. Nicht, dass er nicht platt ist oder platte Situationen hat, aber ich mochte diese Umwege gerne. Und ich finde den durchaus guckbar. Okay, gut. Wer uns jetzt zugehört hat in den letzten 45 Minuten, wird wahrscheinlich festgestellt haben, dass meine Meinung zu diesem Film nicht ganz so positiv ausgefallen ist. ist, ich fasse mich kurz. Ich habe nach der Pressevorführung der guten Presse-Dame meine Meinung so im Sinne von zu viele Klischees bedient. Er ist aber trotzdem keine Vollkatastrophe, sondern nur eine Katastrophe für mich. Und ja, ich glaube, dabei belasse ich es dann auch. Ich wüsste übrigens niemanden, den ich den Film empfehlen würde. Gut. Mir hat er sehr gut gefallen. Im Prinzip kann ich mich da wie jeder gute Appendix an den Appendix von Yoshi ranhängen. Also was Schlager gesagt hat. Appendix-Polonaise. Außer vielleicht noch die Anmerkung, er ist viel schwarz-weiß, aber er ist vor allem in Farbe. Das sollte man vielleicht noch sagen. Und damit war es das für uns, für diese sehr lebhafte Besprechung. Und tatsächlich, wir sind alkoholfrei geblieben. Das freut mich sehr. One for the road ab 26. Oktober im Kino. Denkt dran, Titelstammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage auf Wiedersehen. Dann sagt die Schlager. Nein, die Schlager macht das Schlusswort, weil die hat noch eine wichtige Ankündigung für alle da draußen. Dann sagt der Max jetzt auch noch Tschüss und dann die Schlager. Tschüss. Also meine wichtige Ankündigung für euch da draußen ist, dass Schlager eine wichtige Ankündigung hat. Ich mache den Antischlagbolzen, um jetzt hier die große Klammer zu setzen, den Antischlagbolzen, das Pod dieser Besprechung. Und zwar darf ich am Ende meine Werbung noch hinten dran setzen. Schlager ist mein größter Name, Johanna Baumann, der richtige Name. Ich bin nämlich Autorin und ihr findet mich im Internet unter schlager.de und auf Social Media unter dem Handel TheSchlager, Twitter, Facebook, Instagram und seit neuestem auch auf Blue Sky. Das ist ja der neue Twitter-Nachfolger unter Schlager einfach. Und da gibt es Comics über Kommunikation, Trennung, über was weiß ich, Star Wars. Findet ihr alles da. Und ich freue mich auf die nächste Besprechung. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Applaus bin ich herbivorent. Vielen Dank.